Wenn du dich mit den Themen aus diesem Video beschäftigst, kann dich an der Gitarre eigentlich nichts mehr aufhalten. Also, nutze die paar Minuten und es wird nicht nur dein Gitarren spielen, sondern wahrscheinlich dein ganzes musikalisches, bisheriges Dasein ein bisschen verändern. Ja, hallo, ich bin es, der Michael von der Online-Gedanzschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Ja, wie schaut denn das aus, wenn man jetzt zum Beispiel mit Gitarre lernen beginnt? Oft hat man sich ja, zieht man sich ja selber in so einem gewissen Bild und sagt, wow, das wäre, glaube ich, voll cool, wenn ich da Gitarre spielen könnte und so weiter. Und ja, man steht dann los, kauft sich eine Gitarre, meldet sich dann meistens irgendwo noch beim Gitarrenunterricht an oder kauft sich einen Online-Kurs oder wie auch immer. Und in der Realität sieht es sehr häufig so aus, dass man dann meistens schon nach wenigen Stunden beim Gitarrenlehrer dann das ein oder andere Mal schon aufkreuzt und sagt, ach, die Woche kam ich nicht so richtig dazu. Bei Online-Kursen ist es sehr häufig so, dass man teilweise noch nicht mal bis zur Hälfte von so einem Kurs wirklich richtig durchkommt. Und die häufigste Ausrede dabei ist eigentlich immer das, dass man sagt, ja, ich hatte die ganze Woche keine Zeit und deswegen kam ich eigentlich auch zu nichts. Aber wenn man das jetzt als Lehrer öfters hört und öfters erlebt, ich habe das jetzt auch in sehr vielen Online-Stunden immer wieder mal erlebt, wenn man das oft erlebt, merkt man, dass das eigentlich auch nur so eine, ich sage mal, eine Notausrede dabei ist. Ich möchte an der Stelle jetzt ein ganz einfaches Beispiel mal ranbringen. Nehmen wir an, du bist zwar viel beschäftigt, aber du bist auch gleichzeitig ein Fußball-Fan. Fußball-Weltmeisterschaft ist und so weiter. Die nächsten vier Wochen, du möchtest dir alle Spiele deiner Mannschaft angucken. Wenn du dir das vornimmst, dann wirst du das auch schaffen. Du wirst wahrscheinlich nicht nur die Spiele deiner Mannschaft sehen, obwohl du stressige Tage hinter dir hattest, sondern du wirst wahrscheinlich auch noch sämtliche Spiele der anderen Mannschaften sehen. Und warum ist es so, dass man es bei der einen Sache schafft und bei der anderen Sache, die man eigentlich genauso gern machen möchte, wie das Gitarrenspielen jetzt zum Beispiel, dass man das dann nicht schafft. Beim Fußball selber hast du, du hast dir eigentlich ein Ziel im Kopf. Wenn du siehst, oh geil, Fußball und da und da ist das Spiel, dann hast du schon im Bild, alles klar, im Kopf. Da sitze ich vielleicht da und da mit den und den Leuten zusammen, dann trinkt man vielleicht noch ein Bierchen und so weiter und genau das wird auch eintreten. Und genau so wird es passieren. Die Sache ist, hast du das bei der Musik auch? Und jetzt kommen wir einfach mal zu so ein paar Ansätzen, wie das dann mit der Musik genauso funktionieren kann. Eine der wichtigsten Fragen, die man sich wirklich stellen sollte, ist immer das an der Gitarre, was möchte ich denn überhaupt können? Und das ist wirklich wichtig. Also die Frage ist, will ich im Garten sitzen und will einfach nur für mich ein bisschen rumklimmern können? Möchte ich in einer Band vielleicht sogar spielen? Will ich Lieder nachspielen können? Will ich eigene Lieder schreiben? Will ich improvisieren können auf der Gitarre und so weiter? Und das sind wichtige Fragen, weil die geben eigentlich erst einmal die Richtung vor, wie du überhaupt üben musst. Ganz einfach gesagt, ich brauche keine klassische Gitarre lernen, wenn ich ein Heavy Metal Gitarrist werden möchte. Ist einfach so. Ich werde das eine dem anderen nicht brauchen, deswegen wird mich das eine Thema dann auch viel mehr demotivieren. An der Stelle ganz kurz, nur nicht, dass da Verwechslungen kommen. Ich rede nicht davon, du kaufst dir eine Gitarre und fängst gleich an, deine Lieblingslieder zu spielen. Die Basics fürs Musikmachen und für dein Instrument, die brauchst du immer. Und die brauchst du wirklich immer. Und ich nehme nochmal das Beispiel vom Fußball. Wenn du keinen Ball stoppen kannst, dann nützt es auch nichts, wenn du den Ball unheimlich weit schießen kannst, weil du wirst im Kampfspiel wirklich eingesetzt werden können. Wenn du merkst, dass dir selber die Basics fehlen, habe ich unten in der Videobeschreibung und in der Infobox einen kleinen Link. Ist ein kompletter 14-tägiger kleiner Gitarrenkurs und da lernst du die Basics des Gitarrespielens kostenlos und unverbindlich für dich. Also, wir sind uns schon mal klar, wir brauchen ein Bild davon, was wir eigentlich können wollen. Und da würde ich dir wirklich sagen, hock dich da mal wirklich hin und mach dir da mal wirklich ernsthaft Gedanken darüber. Und vielleicht schreibst du es dir sogar auf. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was brauche ich dafür? Ich nehme jetzt mal ganz plakativ ein ganz einfaches Beispiel. Viele sagen mir immer, die wollen bluesig auf der Gitarre oder Bluesgitarre spielen können. Und cool wäre es noch, ab und zu mal mit ein paar Leuten zusammenspielen. Ist ein ganz normales Ziel, kommt relativ häufig vor. Und da solltest du dir einfach die Frage stellen, ja, was brauche ich denn dazu? Du solltest Lieder in der Richtung kennen. Und so blöd wie das Ganze klingt, aber das ist einfach eine Tatsache. Viele Leute wollen immer irgendwas können, was sie selber gar nicht hören. Du kannst keine Musik richtig gut auf deiner Gitarre spielen oder überhaupt auf dem Instrument spielen, die du selber nicht hörst. Das ist einfach Fakt. Du wirst kein Raketenrockgitarrist, wenn du dir den ganzen Tag Schlager anhörst. Umgekehrter Fall genau dasselbe. Und das trifft für jede Musikrichtung zu. Dann solltest du dich damit beschäftigen, was sind die Grundsachen in der Musik, die du gerne spielen möchtest. Und bleiben wir beim Blues. Ist auf jeden Fall für mich eines der wichtigsten. Die zwölftaktische Bluesform. Standard muss man können. Welche Akkorde brauche ich da drin? Wenn du mit anderen Leuten zusammenspielen willst, dann was sind so Riffs, die ich immer brauche? Und sowas. Oder auch, wenn du dann ins Solospiel reingehst, welches Tonmaterial wird benutzt? Und wir sind ja immer noch beim Thema, was brauche ich dafür? Und das nächste ist einfach, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst, dann musst du dir einfach darüber Gedanken machen, wo finde ich die Leute, mit denen ich zusammenspielen kann. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Musikerboards. Es gibt von mir aus hunderttausende Facebook-Seiten, Social Media, überall was. Und das wird nicht alles gleich immer hundertprozentig klappen. Aber du kommst immer einen Schritt näher. Und dann irgendwann wirst du merken, kommst du automatisch an diesen Punkt genau da, wo du eigentlich hin wolltest. Ja, und der dritte Punkt ist, jetzt habe ich dir einen Haufen erzählt, du musst das einfach nur machen. Mehr ist das nicht. Wenn du das machst, kann dich an der Gitarre kein Mensch aufhalten. Da geht es automatisch deinen Gang. Du findest übrigens alle Tipps nochmal unten über den Link in der Videobeschreibung oder Infobox. Auf meinem Blog kannst du alles nochmal ganz genau, stichpunktartig habe ich es glaube ich aufgeschrieben, kannst du dir das alles nochmal genau anschauen. Und ich werde dir mal wirklich über die einzelnen Sachen deine Gedanken machen. Und wenn du dich da so ein bisschen dran hältst, wirst du eins feststellen, alles andere ergibt sich von ganz allein. Wir sehen uns in den nächsten Lessons und bis dahin sage ich ciao, der Michel.